So, heute fahren wir mal in den Wald, dann wollen wir mal was zu essen kochen, Tee trinken, dann werde ich noch eine Hängematte ausprobieren und die Gerber Gator Junior. Also, bleibt dabei. Tschüss, bis gleich. So, jetzt sind wir doch schon mal im Platz angekommen. So, mal zum Camp. Da ist mein Rucksack. Ja, ist immer gut von zu Hause mal wegzugehen. Nach der Arbeit am besten zeige ich den Wald. Für mich ist das am besten, weil mein Job ist ja doch ein bisschen anstrengend und zeitintensiv. Man muss nachts schon aufstehen. Drei, manchmal. Manchmal um vier. Das ist übrigens so eine Macke von meiner Arbeit. Ich habe mir mal ein Headset an. Heute brauche ich es nicht, also im Wald. Aber ich teste, ob die Videoaufnahme auch funktioniert, dass ich das Bluetooth-Headset praktisch als Mikrofon benutze. Und hier fängt der Großdorfer Wald an. Da hinten habe ich geparkt. Jetzt gehen wir ein Stückchen. Das ist auch gerade mal gefühlte fünf Grad kühler hier im Wald. Da drüben übrigens, da ist, ich weiß nicht, ob man das Gebäude sehen kann. Das ist ein Lehrbienenstand oder wie heißt das Ding? Ich weiß es jetzt auch nicht. So, wofür man hier dieses Weiche gezogen hat, ist mir auch ein Rätsel. Auf jeden Fall liegt hier schon eine ganze Menge Brennholz rum für meinen Hobo, wie ich heute mitgenommen habe. Ich bin übrigens schon jetzt dreimal mit dem Hobo erwischt worden, beim Feuermachen. Wie wir ja wahrscheinlich alle wissen, ist Feuermachen im Wald nicht erlaubt. Aber die Forstmitarbeiter hatten da überhaupt nichts gegen. Die wussten direkt, dass ich ein Buschkrafter bin. Und einer von denen kannte das Teil wohl auch. Also würde mich nicht wundern, wenn wir hier in Trosthoff ein paar Buschkrafter mehr haben, als ich glaube oder schätze. Auf jeden Fall gab es keinen Ärger. Das kann ja auch mit Bußgeld geahndet werden. So, mal ganz kurz das angucken. Der Imkerverein, genau. Wie man hört, wird hier gearbeitet in dem Wald. Da wollen wir mal weitergehen. So, dauert nicht mehr lang. Dann sind wir da. Was mich immer wieder ein bisschen ärgert ist, so eine Sauerei zu sehen. Da ist ein Mülleimer. Den hat man schon schön angetreten. Wir haben schon super Leute hier im Wald. Und jetzt geht es gleich querfeldein. Aber nicht an der Stelle, wo ich beim letzten Mal reingegangen bin. Da waren mir zu viele Dornenbüsche, wo ich mir das ganze Bein aufgerissen habe. Und da ich heute wieder mit einer relativ kurzen Hose unterwegs bin, weil mir ist es zu warm für eine lange Hose. Da werde ich mir mal einen etwas kratzfreieren Weg suchen. So, und hier geht es jetzt querfeldein. So, den Stock hier, den habe ich unterwegs gefunden. Und das wird mein Brennholz werden. So, da sind wir schon fast. Hier ist die Stelle, wo ich meine Videos drehe. Hätte ich auch schon mal gezeigt. Ja, und die Hütte, die mal jemand gebastelt hat. Ich weiß nicht. So, jetzt werde ich loslegen. Bis zum nächsten Mal, wenn die Hütte reingegangen wollen. Ich bin jetzt hier dem Tor und die Hütte reingegangen,